Musik Yo was geht ab YouTube Kommen Sie am Start für euch. Ja, heute wird er bei 19 Gameplay Ontario auf dem VP-Clan-Channel. Und ich heute mal wieder mit einem richtig extrem neigsten Gameplay, Freunde. Eine Triple Nuclear auf der Map-Carrier in dem Modus Multiteam-Stellung. Wenn ich mich nicht ganz irre von unserem VP-Wonker spielt, auf jeden Fall Link zu ihm unten in der Videobeschreibung mit der AN94. Das Ganze, also richtig fettes Gameplay auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall geben. Und ja, was habe ich heute für ein Thema? Top 3 Dinge, die ich am Winter liebe. Und zwar ist da noch ein negativer Aspekt dabei. Und zwar Aspekt Nummer 1, also halt positiv, ist zum Beispiel, dass es einfach nur geil ist, wenn man irgendwie nach Hause kommt, es schön draußen kalt ist. Und man sich irgendwie auch mal so irgendwie an der Heizung klammern kann. Oder irgendwie sich einfach nur warme Socken, okay, das ist ein bisschen homo, ne. Irgendwie so Sachen, so warme Sachen irgendwie so anziehen kann und sich einfach irgendwo hinstellen kann. Das finde ich einfach, ist so richtig schön chillig und entspannt. Und ja, Punkt 2, positiv ist auf jeden Fall auch noch, dass wenn man irgendwie zocken will und so und es Sommer ist, dann ist das immer irgendwie so ein bisschen assi, wenn man dann so zu Hause chillt und dann irgendwie nur zockt und so. Und deswegen ist es irgendwie mal geil, so im Winter, da kann man so sagen, jo, ich bleibe auch mal den ganzen Tag zu Hause und mache mir einfach mal einen chilligen, zocke einfach mal den ganzen Tag. Und da kommt es wesentlich besser, als wenn es irgendwie draußen 40 Grad ist und man nicht im Schwimmbad oder sowas abhängt. Und das ist auch, finde ich, irgendwie eigentlich auch mal recht geil, wenn man sich irgendwie mal vom ganzen Sommer, beziehungsweise so von dem warmen Jahr erholen kann. Und ja, jetzt zum negativen Aspekt, und zwar ist es einfach scheiße, und zwar die Kleidung, meine Freunde. Man geht nach draußen, man muss irgendwie eine dicke Jacke tragen, weil man sonst irgendwie Eissapfen am Sack kriegt. Oder es ist einfach wirklich im Grunde, man ist kalt draußen, man muss dicke Schuhe und sowas tragen. Und ja, das ist das Schlimmste für mich irgendwie. Keine Ahnung, weil ich bin eher so der Luft, die geht es schon wieder rum, ne? Ich bin irgendwie so der lockere Typ, irgendwie chillige kurze Hose und so. Immer schön auf Entspannung und so. So, ja, auf jeden Fall, das wäre jetzt Top 3, die ich im Winter liebe. Und ja, davor gab es Top 3, die ich im Sommer liebe. Verlinke ich euch nochmal. Und schreibt doch mal als nächstes rein, was ihr als nächstes sehen wollt mit Top 3, Top 5 oder Top 10. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, schaut bei dem Gameplay-Spieler vorbei. Schaut bei mir vorbei oder lasst es einfach. Ist mir eigentlich im Grunde genommen egal. Und ja, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und ja, ich habe mal so die Likes und so von den letzten Videos gesehen. Hab da gesehen, so dass die richtig in den Keller gehen. Alter, was ist mit euch los? So, deswegen würde ich sagen, alter, auf dieses Video 100 Likes auf jeden Fall. Sonst geht es echt nicht anders, man. Das müssen wir jetzt echt mal packen. Von daher würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann.